ich starte mal die aufnahme wieder ja 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 und herzlich willkommen zu returns the backrooms mit der lieben nocturnal versuchen sie zu entkommen ja da sind wir das letzte mal grandios vorgescheitert ist halt die frage welches level das ist die zahlen gleich ja ja okay hier ist wieder das ding und die neuen war beim es nebenbei zwei blauen betten oder so keine ahnung hast du ja die medikits geholt bei mir habe ich dann keinen jetzt habe ich einen war das letztes mal paris aber bevor wir da reingehen das ist mal hier gucken es hat mich ein bisschen geärgert dass ich hier nicht direkt hingegangen bin was das oh okay well level 1 hier wollten wir ja eh hin genau brauchst du kreide nimm du erstmal ja mach am besten ich mach mal so dass das hier so unser start ding war dass wir ja so passt und dann halt erst dann wenn wir es wichtig was wichtiges haben würde ich machen weil sonst bringt das eh nichts hier ist noch ein medikit ja das kann ich noch mitnehmen das erklärt jetzt warum wir so viele medikits hier überall hatten also müssen wir die dings finden was mussten wir noch mal finden zuerst hier die hier ist die tür mit der tür ach so g plus ach so ja da müssen wir erst mal das eine finden wir müssen wieder runter springen dann kommen wir weiter also suchen wir gerade erst mal das suchen wir eigentlich den bereich wo wir runter jumpen ja weil das haben wir schon rausgefunden eine ausdauer ist voller schöpft da war ich meine auch richtig guter das war es zum trinken und keine wenn die einmal ausgebraucht ist richtig am arsch habe ich das gefühl und du siehst ja auch wenn du öfters deine ausdauer verbraucht hast das rote na ja ja da 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 hast du 28 reicht ja hier ist ein bett da hast du geradezu welche kümmer hier dann waren wir doch relativ nah oder nicht ja im burschen hier habe ich gefunden ich lauf links davon hier ist doch erstmal schule das ist gut wieder kreide alter hier ist das wo ich dachte hier kommen wir lang gehen aber es war der große umweg müssen glaube ich da jetzt links ja da brauchst du nicht rumlaufen da bin ich gerade rumgelaufen da bist du einmal im kreis muss auch ein paar dosen erfinden oder so ich hab gar keine mehr mein gott alter ich hasse es so sehr hier ich habe lunge ich kann nicht mehr laufen da ist es da geradeaus im endeffekt relativ noch ob ich das jetzt markiere oder nicht drei und dann nach hinten durch also warte auf alle spieler war ich genau hinter dir da war ja rot warte mal hier ist ein pfeil nach da das heißt ich mal markiere kurz wieder der anfang ist ja hier ist noch mal kreide nimmt die mal ruhig ich habe 72 61 jetzt gehen wir rechts rum eigentlich müssen wir nur von anfang an gleich die tür finden mit dem schlüssel und die waren nicht dahin markieren genau und die war gar nicht so weit weg weil wir sind ja irgendwie kreuz quer wir sind losgelaufen und wir sind nach links zuerst gegangen dann lass uns mal links aber wenn wir hier längst gehen vielleicht finden wir da wir brauchen eigentlich den raum mit dem bett von dort aus war nämlich irgendwo die tür und suppen brauche ich auf jeden fall wenn ich sehe ist reich keine ausdauer gott ich hasse diesen reich da ist die tür da gehen wir aber noch nicht rein wir müssen uns erst jetzt den weg markieren wie wir hier weg kommen würde ich sagen noch mal gehe nicht zu viel nicht dass wir gleich 30 mal im kreis laufen wir gehen hier so querfeld ein oder da sind leuchtsticks ja wir müssen wir müssen den anderen raum jetzt finden wo der key fehlt mit dem fernseher müsste hier so sein ja wir sind ja nicht weit gerannt meines wissens sind wir nicht zu lang also das war in der nähe das was ich hasse diesen bereich ich hasse sowas orientierung von so einem kothaufen ja das ist einfach weil hier alles auch so hin und her ist das rote licht namen meine augen es tut mega weh hier wird für verschlossen okay da steht da gar kein fernseher bei aber welches ist es dann das ist lagerschlüssel er so brauchen wir zwei schlüssel fängt wieder an mit dem ich glaube kreis wo waren die andere scheiße das war auch eher äußerlich wo hier ist eine dose sogar zwei wo bist du denn ich mache jetzt links von dir perfekt ich brauche nämlich einer hier ist noch mal kreide das noch eine dose rechts von dir ist noch mal kreide ja also müssten wir einen liebsten äußerlich weitergehen oder nicht ja ich gucke noch mal ganz kurz dass ich hier auch noch mal den weg umkiere hier ist auch eine abkürzung zu dieser tür das will in der panik wird das eh wieder nichts ja das ging erst mal gewöhnt sich ans rote licht und dann guckst du mal auf andere sachen wenn du da weg guckst in dein zimmer ja meine augen äh egal von wo wir kommen in die richtung müssen pfeile sein hier ist wieder eine dose nimm du mal ruhig wenn du noch kannst okay also hier nicht so mein stern hier nicht rein hier sind wieder pfeile von uns das ist gut das heißt hier ist der andere raum können wir irgendwie da eins oder eine w warte mal es soll ein w sein für warehouse oh wir beide haben auch unterschiedliche farben sehe ich jetzt erst ne das wusste ich das habe ich irgendwie äh ignoriert brauchst du noch ein paar light sticks mach schon mal licht an was für ein key ist denn das keine ahnung ich laufe schon mal ist egal ich nehme den einen weg hoffentlich da nicht längs das habe ich extra markiert ich habe keine ausdauer ich futter mal kurz spar mir ein bisschen ausdauer falls das ticke monster kommt da das ist der falsche schlüssel das ist der scheiß lagerschlüssel nicht das ist der schlüssel für den raum mit dem fernseher geil ja gut was überhaupt welchen schlüssel haben wir dann bitte den room key ich hatte davor room key aufgeschrieben in der runde davor und den room key haben wir jetzt und wir brauchen aber noch einen lagerschlüssel und bestimmt ist dieser lag mach dich raus ich dachte der sieht mich vielleicht im dunkeln einfach nicht ich gehe weg ey zum ernst aber ist dir aufgefallen dass es buggy ist wenn du das geswitcht hast auf irgendeinen kaffee auf einmal in der dose dass du trotzdem alles siehst mit dem grünlicht ja der läuft bei mir hier noch keine ahnung wo ich bin immer die kreide schon mal die hand zu markieren also bei mir ist er nicht das schmuckgurt bei mir auch nicht das ist sackgasse scheiße dinge ist wenn man sich dann umdreht und rotes licht sieht weiß man ganz genau man ist falsch ich versuche einfach mal jetzt umdreht und lang zu gehen ach komm ich versuche einfach mal jetzt die ganze zeit so zu gehen dass eine wand rechts von mir ist also eben war mein grünes licht perfekt ah jetzt geht's oh mein gott es hat mich beide abgefickt war da noch eins oder was zwei stück einmal der kabelmann und dieses mit den roten augen ich habe hier irgendwas gefunden was wir vorher noch nicht hatten eine baustelle auch etwas schweres um den boden zu durchbrechen nach kommen was soll mir das gerät bringen hallo gibt das digital suchgerät gefunden jetzt belebt mich jetzt mal wieder bin jetzt ein stück gekrabbelt weg von den viechern ich kann nichts sehen ich kann nicht auf die jetzt kann ich auf dem boden malen ich habe den raum im fernseher die toll wo bin ich ich kann mir nicht aufmachen wenn du den schlüssel hast sorry ich habe irgendwas anderes noch nebenbei gefunden sind medikits noch mehr medikits markier mal kotzen weg wenn du ganz viele medikits irgendwo findest und auf einmal feilt da ist brauchen irgendwas schweres das gefühl war ich schon das macht halt am meisten so welche der nähe bleibe wo jetzt diese tür ist oder kann man nicht aufrufen aber ich habe dann ruf so ein paar dinge zu dir ich höre dich du bist irgendwo auf der anderen seite noch mal irgendwo bist du hier in der nähe ich sehe dich rechts wo ist die tür hier 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 ich muss mal leuchtstäbe mitnehmen ne Maximum die exit oder fragezeichen nehmen wir ne was fragezeichen oder ja okay du bist gestorben das ist gar mal gut dass ich da nicht reingegangen bin hä wo bin ich weiß ich nicht wo bist du hier ist ein anfang wo wir vier dinger übereinander haben oh nein muss ich jetzt wieder den weg suchen soll ich exit gehen ne ja mach oder die halt ne ne ich bin hab überlebt exit hier ist ein schlüssel lagerschlüssel ich bin auf der anderen seite des lagers null ich bin jetzt hier wo das bett ist ich hab schlafmittel gefunden oh mein gott wo bist du ich bin beim bett ich bin wieder in der map gespawren ja aber du bist ja irgendwo bei mir in der nähe dann ne ich muss den raum finden wo dings war ne oh gott das werde ich doch niemals das warehouse ne ja ich muss das finden wo das schlafbett ist ich hab den ich hab schlafmittel gefunden ich bin bei dem schlafbett dann bleib ich in der nähe und ruf immer nach dir ja noch höre ich dich nicht doch jetzt hab ich dich gehört irgendwo bist du links von mir ich höre dich auf der anderen seite ja aber da komme ich nicht hin wie komme ich da hin hier ist was ich höre dich ruf weiter bist du auf der anderen seite von dem wand ich hab auch kein mal so okay ich weiß du bist auf der anderen seite ich hab dich ja aber mir kommt ein Vieh hinterher komm mal hier links ach du heilige ja da wo du hergerannt bist muss ich da rein ja und dann links ich hab Pfeile gemalt du läufst richtig aber das Vieh kommt jetzt auch in deine Richtung nee es ist noch hier und geht in eine andere okay hat's geholfen ja ich glaube ich steh mich jetzt hin ich bin in irgendeine Treppe hoch ich lauf gerade irgendeine Endlichkeitstreppe gerade hä ich seh nichts Tür ist verschlossen willst du mich verarschen die Tür ist verschlossen bist du mit mir hier nee ich sag's dir es ist ein Albtraum ganz im Ernst ist alles voller Treppen hier ist was hier ist wer ist bei der wer ist wieder bei dem Raum wo die Röhren sind was ist denn der Raum mit den Röhren bitte na das wo wir gerade die Tür aufgemacht hatten hier ist verschlossen ich bin in meinem ewigen Labyrinth ich sag's dir wie's ist Horror ich auch ich kann immer nur Treppen hoch und runter gehen hier gerade sollen wir springen? nee ich hab halt keinen Schimmer wo ich bin weil ich weggerannt bin vor dem Vieh und es mich weggejagt hat hä ich kann nicht mal sterben what hier ist ne Tür Tür ist verschlossen ja wie komm ich denn hier aus dem Kackschwan raus? hier ist diese Baustelle die du meintest? und dann hab ich nachher aber auch gehört Pfeile zu malen weil ich dann gejagt worden bin hast du mir die Kit abgeholt alle Türen sind hier zu wie soll ich denn zu dir kommen? ich hab das Schlafzeug gefunden so das war das gab's nur einmal das hab ich dann weg mitgebracht und dann wurde ich weggeportet und jetzt bin ich in einen Raum wo nur Treppen hoch und runter sind wo du hin und her jumpen musst und verschlossene Türen hast aufficken ach ich könnte hier auch Tür ist verschlossen oh Gott ist aber vergassend ist aber vergassend ich kann hier nicht auf dem Boden malen damit ich mir malen kann die Tür hab ich schon mir ist auch verschlossen ich geh dann rückwärts halt oh ich kann nicht sterben ich hab ne Tür gefunden ich bin beim Bett wieder ich bin wieder beim Anfang und ich werde sterben soll ich nach dir rufen? oh ich hör dich oh mein Gott ich nimm auch mein Licht in die Hand hey oh du hast irgendwo rechts von mir hello ja hello hey 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 ich recover mich mal kurz nebenbei weil Kabelmann und Hundemann kommen wenn man schreit ich hör dich halt auf jeden Fall rechts von mir ja die hatte ich auch vorhin hey help ich renne mal kurz ja wie komme ich denn da hin? oh lass mich doch in Ruhe ich hör dich aber hello ich bin tot gleich help help hello ich hab dich oh hello help okay ans Bett kannst du gerne gehen wenn du möchtest ich hab das Vieh hinter Gerns Bett Gerns Bett Gerns Bett Gerns Bett ja bist du auch da? ja ja so wir kommen im Club der Ewigkeit der ich weiß nicht was genau das hab ich auch gedacht ich hab mir noch also wenn du runterfällst stirbst du nicht wohlgemerkt du hast einfach immer wieder zurückgeportet tschüss hier oben ist die Tür ja sehr viele Türen gibt's ja abgeschlossen genau und eine hat mich zurückgeführt zu dir hi hi genau und so ging's mir die ganze Zeit eben ich hab mich wieder zurückgefunden ich check den Raum halt nicht weißt du was ich mein also wir brauchen äh einen Gegenstand der schwer genug ist um halt da ein Loch rein zu machen so äh diese Dimension scheiße ne ist zu bist du da unten weil ich runtergefallen bin bin runtergefallen und dann gestorben aber ich check das hier auch nicht sag ich dir wie es ist ne das ist für mich also mein Kopf sagt mir jetzt eben alles rot jetzt alles grün ich bin richtig hier ist ein auf hier ist wie so ein ne hier ist nichts das ist einfach nur Backsteintür also das ist keine Tür das ist einfach wie so ein Backsteinaum da war ich auch schon mal dran hä wie komm ich denn jetzt hier wieder weg muss ich sterben scheinen tschüss laufen wir erstmal den ganzen Weg nach oben soweit die Treppe Dings hier geht so Tür ist verschlossen wo bist du? du bist da drüben noch ne Tür auch verschlossen noch ne Tür auch verschlossen verschlossen da ist so Abzweigung Alter das ist so verwirrend hier ne wir müssen ein bisschen weiter rüber ich fang mal von vorne an jo völlig ich hab versucht rüber zu kommen aber es hat nicht geklappt aber ich würd mal sagen ich mach einen ganz kurzen Cut oder ich hab schon gecuttet und ja dann ja ne ijo